Hallo hier sind wir wieder bei unserem nächsten Part Raphael hat jetzt inzwischen auch den Ausgang gefunden ja wir haben hier so eine Kiste hier gemacht dann suchen wir mal weiter wir geben nicht auf gehen wir weiter doch selber geschammelt das war nicht ich scht 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 und war nächstes Video werden wir auch wahrscheinlich wie ein Labyrinth machen finde es einfach lustig wie Raphael immer schummelt ja von oben naja jetzt ist schon erlaubt weil wir suchen einfach nur mehr die Diamanten hat wieder ein Diamanten gefunden wow also von hier sieht das ganz schön geil aus ha Eduard Eduard soll verschwinden jetzt ruft er bestimmt gleich an lass doch nicht ablenken drücke ihn einfach weg weil das ist ja unser Let's Play und nicht sein es ist schlatschens Wie viele Diamanten hast denn du? Wie viele Diamanten haben? Da ist noch eine Kiste. Und da ist auch noch eine Kiste. Blöd, dass die Kisten dunkel sind. So, jetzt haben wir 15 Diamanten. Wie viele hast du? Äh, komm mal her. Ja. Ach so. Ja, in der Ruhe sind 15. Komm her. So, jetzt muss ich mal so sehen. Und da sind eigentlich keine mehr. Ah, da habe ich. Ja, ich habe hier eine gefunden. Außer die ist schon geöffnet. Ja. Raphael, sag mir, wenn du Kisten findest, weil ich mache Fackeln drauf. Das ist fein aus, sieht man. Also, man bessere Überblick. Hey, Creeper. Creepy. Du kleine Hackfresse. Mann, bist du hässlich Creeper. Sieht aus wie meine Oma. Aber, ich sehe jetzt nichts mehr. Ah, da. Die ist aber. Was lane bei Spyder. Okay. Also, wie viele Diamanten sind in der Truhe? Okay, da habe ich zwei. Ich habe noch zwei. Einen noch. Ah. 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 Da haben wir noch keine Fackel hingemacht. Alter, die letzte Truhe. Ist die schwerste, glaube ich. Part. Unser Part ist auch gleich wieder zu Ende. warum er kommt ich habe zwei und ich glaube schon und ich glaube schon das ganze wasser alles schmilzt das ganze wasser schmilzt ach ja das ganze wasser